Das war's für heute. Die Leute haben das angerichtet. Rüth's Clan ist dein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Ja, was machen wir da? Leid uns eure Kraft für den Krieg. Oswald starb, als er euch beschützte. Oder Oswald war mein Verbündeter. Ich würde immer sagen, leid uns eure Kraft für den Krieg. Est Engler wird fallen, wenn Rüth's Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Dänin, aber die Männer Theodfords haben eigene Schlachten zu schlagen. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsfrast. Es wurde vor zwei Wochen von Rüth's Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodfords dir folgen. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsfrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Okay, wie immer müssen wir ins Horn stoßen. Ähm, ja. Die haben hier gerade ziemliche Probleme. Da kann man doch nur helfen. Na? Der spricht uns ja auch direkt an. Dann können wir ja auch mal mit ihm sprechen. Ihr habt gerufen? Wir haben gehört, wie du mit dem Gräbe sprachst. Und wir möchten an deiner Seite kämpfen. Wir schulden es Oswald für seine guten Taten und gerechte Herrschaft. Das freut mich zu hören. Zieh zu den Ruinen nördlich von Castellbuch. Dort sammelt sich die Armee. Castellbuch. Ein neues Schnellreiseziel. Wunderbar. Ja, es gibt hier gerade leider kein Ruderboot. Ja, ja. Wir springen hier mal rein. Was ich cool finde. Ich probiere mal, das Pferd im Wasser zu rufen. Es kommt im Wasser. Geil. Aufsitze. Unser Boot kommt zu uns geschwommen. D, 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 d. Cool, ey. Ja, ich finde das geil, dass das Schwert schwimmen kann. Also, dass das Pferd schwimmen kann, finde ich super. Das Schwert kann schwimmen, ey. Oh, du Reh. Du kleines Reh. Und da vorne ist der Kastell, also die Burg, also Kastellburg, das ist schon geil. Geht mal zur Burgburg. Da macht das schon Sinn, Kastell zu sagen, anstelle von Burg, 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 Burg. So, ich steif mal ab. Jetzt müssen wir hier ein paar Leute, denke ich, einfach wegschnetzeln. Einfach wegschnetzeln. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, alles kein Problem. Das kann auch dreimal bewacht werden. Ich sammle erst mal Beeren hier. So. Gleich ist unser Bärenbeutel auch wieder voll. Die sind auch meistens am Weg, ist mir aufgefallen. Wenn man jetzt reinrennt, so hier in die Pampa rein, da findet man nicht so viele. Die meisten sind tatsächlich hier so am Weg direkt. Zumindest jetzt gerade. Aber muss ich mir merken. Hier gibt es noch Bären. Und da oben ist Erz. Eisenerz. Oha, sogar einmal zwei. Cool. Schöne Ausbeute. Als erstes ziehe ich mal die Verkleidung an. Oh, cool. Da ist ein Schlüssel. Den holen wir uns doch mal als erstes. Koningsrast. I'm gesucht von Rüts Männel. Kapurt. Ja, so kriegt das auch niemand mit. Da unten stehen welche. Okay, soviel zum Schleichen. Das Geile ist auch, dass wir die Pfeile wieder kriegen. Zum Großteil. Huch. Super. Ich denke, da oben sind noch Pfeile. Ja, hier stehen auch noch welche. Ich muss auch die Pfeile unbedingt mal hochskillen, dass wir mehr tragen können. Ich habe jetzt einen anderen Bogen, der andere Pfeile benutzt. Und da hat man wahrscheinlich auch einen anderen Köcher. Na, die hier sind schon, die sind verbraucht. Ja, ich hatte mir ja gemerkt, da vorne gibt es noch Bären. Die hole ich mir jetzt. Dann haben wir wieder volle Energie. Und dann muss ich mich nicht heilen. Dann muss ich mich nicht heilen. So, da vorne ist halt noch ein Schlüssel. Den werde ich mir mal holen. Dann müssen wir ins Haus rein. Und da vorne ist auch noch was. Das ist hier verschlossen, ne? Ja, okay. Das heißt, erst in das Haus hier. Den Schlüssel holen. Und dann können wir das andere Haus aufschließen. Dann lach einer auf den Boden und ist repent. Was, meine Güte. Vor allem nicht neben der offenen Tür. Ja, der hängt hier jetzt mitten in der Mauer. Sehr schön. Man kann ihn auch leider nicht plündern. Ah, das ist eigentlich eine... Genau, wir müssen ja ins Horn stoßen, habe ich gemacht. Ich habe schon mal angefangen. Da ist der erste von unseren Leuten. Es ist nicht mehr so viel zu tun. Ich war schon fleißig. Jawohl, jetzt ist da auch einer. Super. Oh, Entschuldigung. Ich musste niesen. Jetzt muss ich jetzt... Zwischen Gottvoll und diesem Spiel ist schon ein markanter Unterschied. Ich muss mich mal für eine Befeuerung entscheiden. Es ist nicht mehr so viel zu tun. Nö, na, na. Na 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 Oh, kann ich feile mehr Na 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 Supi Super Trooper Hopp Man kann das nicht zerstören leider Die Sachen Man kann sie nur plündern Trockenes Brot Silber So, den Schlüssel hab ich auch schon Hier sind aber noch Sachen zum Lupen Ein Brief Klagelied für den königlichen Märtyrer Hier liegt König Edmund Vater von Estangla Ein guter und gottesfürchtiger Mann Möge er in Frieden ruhen Umgeben von den Kindern Gottes Bis zum Tag des jüngsten Gerichts Wenn der Staub zur Erde zurückkehrt Und die Seele in den Himmel fährt Gott möge seiner Seele gnädig sein Tadaa Magistermaske Eine Magistermaske So, jetzt können wir auch die andere Tür aufschließen Und diese hier Ui Eine kühle Kiste Kupfernickelbarren Geil Das soll sehr selten sein Das Ding Wow Hab ich glaube ich noch nie gelootet Schönes Teil Schönes Teil So Wo ist eigentlich noch einer von den Leuten? Ach da unten gehts noch weiter Beseitigen die Grünen Männer Ich habe mich gefragt, wo sind denn noch welche? Der hat halt auch kein Schild und keine Verteidigung Der spielt komplett offensiv Bleib zusammen Bleib zusammen Gleich komm ich Axt Die sind auch zu langsam ne? Dadurch, dass wir Raserei und alles haben Boah Da oben Zack Die sind nicht mehr Und gleichzeitig ist das da angezündet Zack Das zünden wir auch an hier Da ist noch einer Keine Pfeile Keine Pfeile mehr Gut Wir haben was wir Ich sollte ins Horn stoßen Um die Siegesnachricht zu verbreiten Gut Jetzt ist nur die Frage Wo ist da? Gibt es hier ein Horn? Oder muss ich mein eigenes Horn nehmen? Ah da vorne wahrscheinlich Naja erstmal hier reingucken Oh ja Das ist Sehr Ergiebig gewesen Gut Das Horn wird wahrscheinlich da oben sein Beim Kirchturm Ja Vielleicht oben am Kirchturm Also es zeigt ja auch einen Fall nach oben an Also ich klettere mal hoch Ja 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 Huch Weiter klettert sie nicht irgendwie Die klettert nicht weiter So Da ist das Horn Der Gräber steht an meiner Seite Hoffen wir dass er sein Versprechen hält Ich habe mein Versprechen gehalten Gräber Hoffentlich ehrst du auch das deine Das werde ich ja Theod Fort wird mit dir gegen Rüds Klan kämpfen Mit deiner Hilfe werden wir Estengler vielleicht retten In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt Um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürk zu rufen Vielleicht findest du noch andere die den Ruf gehört haben Gut Wen auch immer du findest Versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Castellburg Folk Es gibt bei den Ruf Okay. Das kam aus Elmenham. Baldis muss dort eingetroffen sein. Die Flotte der Brüder. Versammelt und bereit. Her! Her! Eivor! Die Kunde von deinen Taten in Theodford hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Männer aus ganz Est-Engler strömen herbei. Und unsere Schiffe sind bereit. Theodfords Gräbe ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Kuningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Und wie wir bereit sind, ähm, wir hauen jetzt alle kaputt. Kastelburg ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Valdis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rütsmänner abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rütsmänner dürfen sich nicht verschanzen. Dein Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Sie brauchen ein Wort von dir. Uiuiui, wir müssen jetzt nochmal eine motivierende Schlacht-Ansage machen. Gedenke Oswalds Opfer. Dies ist eine Schlacht für die Freiheit. Oder East Angler braucht euch. Ich nehme an, wir kämpfen für die Freiheit. Das kommt immer gut an. Egal, da darfst du fast machen, was du willst. Solange es um die Freiheit geht. Lange habt ihr in Angst gelebt. Man hat euch eure Häuser genommen und eure Felder verbrannt. Nun ist eure Stunde gekommen. Kämpft, um diesen Schmerz zu besiegen. Kämpft, um euch von der Angst zu befreien. Freiheit! Heute ist der große Tag. Heute befreien wir East Angler von Rüts Clan. Ein für allemal. Ja! Heute befreien wir. Erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume. Leben. Vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Eieieiei. So. Wir bewegen uns. Wohl automatisch. Ich muss ihn rammen. Du Kacke, wo ist er denn? Rammekastell. Ich reite das flammende Seeros gegen einen Wald aus Speeren. Der Beschützer in der Brandung brennt. Um einen Ruhm zu mehren. Das Grüne. Ja. Das Grüne auf jeden Fall. Macht euch bereit. Die scheiß Kerle werden uns kommen sehen. Ja. Die schießen dann schon mit Pfeil und Bogen. und Maschinengewehren. Selbstschussanlagen. Oh. Wir wurden entdeckt. Ruhig. Kurs halten. Seid bereit in Deckung zu gehen, Männer. Wir bringen Helheim zu unseren Feinden. Wie schön. Sie senden uns ein paar fliegende Geschenke. Oh. Können wir ausweichen? Ja. Schon gut ausgewichen. Oh. Oh. Okay. Im Auge behalten. Und ausweichen. Weltstaatstoff, Männer. Schütteln. Haltet euch fest. Bereit zum Aufprall. Boah. Den haben wir voll abgekriegt. Festhalten. Jetzt. Festhalten. Um. Oh. Oh. Ei, ei, ei. Das war effektiv. Das hat einfach mal alles weggerissen. So, wir müssen das Tor öffnen. Na, 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 na. Richtet euch nach mir. Tschüss. Tschüss. So. Der macht hier Schattenboxen irgendwie. Schattenboxen. So, komm. Ich zeig euch mal, wie man das Ding hier benutzt, ne. Wir müssen dieses Tor öffnen. Und jetzt mit Schwung und richtig Gas geben hier. Hackengas. Komm, 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 komm. Zack, 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 zack. So. Zurück, 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 zurück. Und jetzt richtig Hackengas, komm. Attacke. Da, 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 da. So geht das. Merkt euch das mal fürs nächste Mal. So, ich verlasse hier mal. Mach die kaputt. Nein, jetzt brennt das Ding. Sieht aus dem Feuer raus. Oh. Ich brenne. Macht mir aber nichts. Alles klar. Ich hab wahrscheinlich Brandschutzrüstung. Da. Wir sind in der Gewicht. Ja. Ja. Verflucht seist du. Ja. 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 Komm mal her, du. Bist du verrückt? Ich bin hier gerade am arbeiten. Los, kommt. Zurück. Und. Jetzt gib Gas. Komm. Gas geben. Gas. Auf geht's. Komm, 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 komm. Ah. Oh Gott. Ich kletter da mal. Nee. Brauch ich gar nicht. Ich schieße mal da. Ich schieße mal da. Und da. Und da. Das war irgendwie nichts. So, aber jetzt sollten die Ferneingriffe aufhören. Los jetzt. Und. Auf geht's. Auf geht's. Zack, 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 zack. Das war gut. Ja, die Tür hat sich schon gut bewegt. Da ist schon. Man kann da schon durch den Spalt gucken. Und nochmal. Auf geht's. Attacke. Ja. Wald kaputt. Es ist schon ein Schaden erkennbar. Und. Jawohl. Wunderbar. Hier sind doch schon Leute von uns irgendwie drin und kämpfen. Oha, bergauf. So. Hier kletter ich jetzt mal hoch. Äh. Da sind irgendwie Stacheln. Aha. Hier kann ich hoch. Oder auch nicht. Hier geht das. Wo kommt man hier hoch? Ach was. Hier steht so eine. Das ist eine Harpune. Was? Ja, hier muss man doch irgendwie hochkommen. Noch weiter. Jetzt muss ich echt beim Tor. so. Ach. Eindlich. Und dann links rüber hüpfen. Hier kommt frei. Leider! Nein! Nein! Scheiße. Kein Pfeil mehr. Auch Pfeile. Wo gibt es noch Pfeile? Hallo. Hast du zufällig einen Pfeil? Okay. Lamm, lamm, lamm. so egal das wird zurück und jetzt packen ja es kommt alle fallen so Was ist das? Sorgt euch nicht um mich. Du musst... Zweig du now. So weit ist es also gekommen, Wolfsmal? Zwei Dänen kämpfen um einen dreckigen sächsischen Hurensohn? Wenn du dieses Schwein willst, dann komm und hol es dir. Ei, ei, ei. Da steht eine ganze Armee vor uns. Da sind Pfeile. Noch mehr Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. Ganz viele Pfeile. Ein Geheimgang. Äh... Ich würde ja gerne... ...das Teil benutzen. Geht aber nicht so. Ne. Vielleicht muss ich den hier erst rausziehen. Ne. Also eigentlich muss man den hier doch jetzt ohne Probleme... ...so, da rüberziehen können. Aber irgendwie... ...der bewegt sich nicht. Na gut, da wird wohl auch nichts drin sein, was jetzt entscheidend ist. Oder entscheidend wäre. ...die hier... ...dass die Deckung rum. ...das gab keine Wartung. Jetzt wird Zeit. Erinnerst du dich an den tragischen Lungenstoß? Die Schreie auch im Hintergrund, ne? Das ist schon hart. Wären wir hier im Krieg oder so? Die Schreie auch im Krieg. 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 Ich sollte mit Oswald sprechen und sehen, wie es ihm geht. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst gar nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freund? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwig geblieben. Seht euch um, eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein. Du hast gekämpft, mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten. Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Jetzt kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Ich sollte zurück nach Elmenham. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Ja, und es gibt wieder zwei Fertigkeitspunkte. So, wir wollen hier wieder hin. Cool, da ist direkt nur Stellreise. Dann porte ich mich mal zurück. Das machen wir. Ja, der war ja jetzt gar nicht so schwer, dieser Rüd. Die Vorbereitungen laufen mit voller Kraft. Okay. Da hätte ich jetzt theoretisch sogar zwei Waffen, glaube ich, nehmen können. Dann wäre er noch schneller kaputt gewesen. Ja. Komm, komm, die Hochzeit wird gleich beginnen. Großartig. Ein schönes und angemessenes Fest, mein Herr. Danke. Möge das Mal ein gutes Zeichen für Est-Englers Zukunft sein. Eivor, ich bin so froh, dass du da bist. Ich folge dir, Eivor. Zum Ruhm und nach Valhall. Ich warte auf den Tag, wenn ich an deiner Seite kämpfen darf. Das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. So, ich gab dir mein Wort. Ich komme, um zu feiern. Du siehst gut aus, Oswald. Ich komme, um zu feiern. Das machen wir so. Zack. Ich bin des Essens und Mäds wegen hier. Gibt es auch eine Hochzeit? Oh, ja, die gibt es. Was Elmenham zu bieten hat, wird dich nicht enttäuschen. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Wirklich? Ich bin nämlich äußerst nervös. Von allen Schlachten, die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste. Gut siehst du aus, Oswald. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oswald von Elmenham, erster seines Namens, rechtmäßiger König von Est-Engler und Lady Valdes, Seele, Schwert und Schönheit dieser Lande. Du hast es geschafft, Stadthalter. Nun sitzt ein König auf dem Thron Est-Englers. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuern und Helheim. Und? In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin, lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen. Ja, eine schöne Hochzeit. Wunderbar. Skorl Eivor, lass uns trinken. Da ist kein Elend in deiner Hand. Lass uns das Problem lösen. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid zu trinken, bevor der neue König es tut. Ja, ein Schneid wie den deinen. Auf Odin und seine Ruhmestaten. Und den neuen König von Est-Engler. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Nicht schlecht, Wolfsmal. Ich wette, du könntest nicht mehr trinken als ich, selbst wenn du wolltest. Du hast schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Natürlich. Ich trinke dich unter den Tisch. Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gibt. Gegen das Ale-Beast aus Est-Engler ausrichten kannst. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? 130. Machen wir. Ich nehme an. Wir sind ja nicht so. Wie sagt man das so? Ja. Trink mehr. Skorl. 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 So stark für dich? Ja, problem. Nein. Nein. Verloren. Nein. Wie schnell der war. Krass. Ich nehm mein Silber. Ja, vorne. Geht es weiter? Na klar. Auf geht's. Auf geht's. Ich habe die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst, du besoffene Laus. Ich stürmte Castell Blur, zwang Rüte in die Knie und ließ ihn von Oswald vor Gericht bringen? Ich konnte meinen Urlaub kaum trauen. Oswald wollte es ja. Ja, genau so. Eine leichte Aufgabe für das Wolfsmahl. So wie alles. Ach, kaum eine Herausforderung. Beeindruckend, beeindruckend. Hier, wie versprochen. Nun, hab Spaß beim Fest. Ja, ja, ja. Oh, sind wir besoffen oder was? Ich glaube, wir sind besoffen. Wie kann das denn bitte sein, dass wir jetzt so besoffen sind? Der Weg nach Valhall führt nicht dort. Der Eber steht für Fruchtbarkeit. Hast du das gewusst? So wie Frey. Worauf willst du hinaus? Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht. Deine Willensstärke. Deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren. Selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen Knüppel führt. Na, das ist doch eine Anmache. Du willst das Bett mit mir teilen, oder? Das ist nichts für mich, oder? Nimm dir doch ein Met. Na, na, wir sind ja auch, wir haben auch Bedürfnisse. Wir haben ja auch Bedürfnisse. Und ich, ich frag mal. Sprech es einfach aus, Speerständer. Du willst mein Feld pflügen. Darum geht es doch. So ist es. Kommst du mit? An einen bequemeren Ort. Na klar. Einen guten Pflüger findet man selten. Geh voran. Das Feld lügen, Alter. Das ist ein, zwei Verse im Lied. Deine scheiden Wert. Daran werde ich mich lange erinnern, Eivor. Ich mich auch, Bruder. Die Sagas sind nie so gut. Diese Nacht bleibt glorreich. So tanzt man hier in Essen. Eine Romanze. Wer ruft denn da? Da oben. Ich kletter da mal hoch. Na? Ich habe endlich wieder Ruhm geschmeckt. Und der war köstlich. Freut mich zu hören. Dann... Ich fühlte mich immer wie Sköhl oder Hati. Ständig auf der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich habe sie und nun... Ich weiß nicht. Du kannst sie gehen lassen. Segle an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Walhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Na komm, bringen wir dich wieder auf festen Boden. Irgendwie dreht sich alles. Was macht der da? Oh, nee. Du bist sehr stark. Du bist sehr groß. Ah, cool. Man kann tragen beim Kleckern. Wir lassen es Ihnen von Hüren und Liefen auf. Es tut mir leid, Evo. Ich hatte einen letzten Ruhmes Moment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Es war noch nicht der Letzte. Nicht der Letzte. Schlägt da einfach. Genug von Spaß und Spielen. Ich sehe nach, wie es Oswald geht. Evo, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein. Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? Ich bin bereit für deine Rede ans Königreich. Gut, komm. Komm mit mir. Freunde, verehrte Gäste, wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen. Als Lichter im Dunkeln. Ich sehe Est-Englers Zukunft vor mir. Genau hier. In euch allen. Egal ob Dänen oder Sachsen. Auf unsere Zukunft. Seine Beleidigungen sind immer noch schwach, aber Mut hat dieser Königreich. Und auf Eivor, ohne die nichts von allen, die möglich wäre. Im Namen Est-Englers möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenplan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Ja, Est-Engler ist jetzt sicher. Oswald wird ein guter König sein. Skull. Skull heißt Skull. Übrigens ist dieses Skull, ne? Das ist ähnlich wie das englische Skull. Skull für den Schädel. Heißt das auch nichts anderes. Ja. Ich sage mal, Oswald wird ein guter König sein. Nee. Est-Engler ist jetzt sicher. Wir wollen sie nicht, seine Frau nicht eifersüchtig machen. Ich sanne mich nicht im Siegesglanz eines anderen. Doch ich sage euch dies. Est-Engler ist sicher. Unter seinem Schutz. Unter seiner Führung. Unter seinen Fittichen. Unter dem guten König Oswald. Seid ihr für viele Monde in Sicherheit. Auf Oswald! Skull! 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 So, liebe Leute. Und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Seid ruhig und macht euch bereit für das Hochzeitsrennen. Der König und die Braut gegen alle anderen. Mein König... Er... 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 Ich fordere dich. Ich nehme an. Oswald ist König. Und ein König braucht einen Recken. Ich werde für ihn kämpfen. Er forderte mich heraus. Du hast einen noch härteren Kampf vor dir, Herr. Du musst Est-Engler wieder aufbauen. Und ein toter König kann sein Eid nicht halten. Lass mich das beenden. Oswald, du feige Sachsen-Schwein. Ich töte das Wolfsmahl und hänge dich an deiner eigenen Zunge auf. Ja, jetzt habe ich noch mal kaputt. Du kommst mir immer in die Quere. Ich habe einen neuen Zunge auf. ich wünschte es wäre nicht so weit gekommen so viel zorn so viel tod doch leider ist es so gekommen du verlässt uns das sollte ich dein hochzeitstag verdient ruhe und frieden beides kann ich heute nicht bieten ist engler steht in deiner schuld ich versprach dir ein bündnis und nun sollst du es haben eines tages werde ich dieses bündnis in anspruch nehmen so